Hi und herzlich willkommen! Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ihr neue Chars hochlevelt in Legion bzw. zum jetzigen Zeitpunkt nach Patch 7.2 in Legion und wie ihr die dann auch wiederum ausrüstet und einen gewissen Anschluss findet. Ja, also vor allen Dingen geht es natürlich darum, Anschluss zu finden und auszurüsten und so weiter und so fort, wenn ihr vielleicht noch gar nicht gespielt habt oder aber wenn ihr einfach keine Gilde habt und einen neuen Charakter hochlevelt, also sowohl als Trink als auch aufs Mainjar, der jetzt vielleicht komplett wieder einsteigt. Da werde ich nämlich häufig gefragt. Also erstmal generell zum Leveln. Ihr seht jetzt hier vielleicht, ich habe mit diesem Charakter keine Artefaktwaffe, bin aber fast schon Level 101. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier auch mit keinem bisschen irgendwo auf der Fährteninseln gequestet, weil das darf man ja noch gar nicht. Erstmal muss man seine Artefaktwaffe holen. Ja, will ich euch übrigens auch echt empfehlen, aber worauf ich hinaus will ist, dass es trotzdem einen Weg gibt zu leveln, was allerdings ohne Flugmount ein bisschen schwieriger ist. Das direkt als Sache. Wenn ihr aber einen Twink leaven wollt und auf eurem Maincharakter schon Fliegen freigeschaltet habt, ist das eine super Gelegenheit und zwar rede ich nämlich hier von den Dämonen-Invasionen. Jede Dämonen-Invasion, also die Worldquests daraus, die könnt ihr mit einem Twink, einem Alt machen. Also mit einem Charakter, der noch nicht Stufe 110 ist, könnt ihr quasi nicht das Endszenario und diese Endquests etc. machen, aber alles davor und jede Worldquests. Das bedeutet also, dass ihr damit relativ einfach leveln könnt, weil ihr häufig ja mit Gruppensuchstools etc. oder mit anderen Leuten dort zusammenspielt. Das hat auf jeden Fall Vorteile, wie ich finde, denn damit ist natürlich gewährleistet, dass ihr an der Stelle recht einfach leveln könnt. Und ich zum Beispiel habe sechs andere 110 Charaktere und habe überhaupt keinen Bock nochmal, all diese vier Zonen da durchzuquesten. Natürlich, um den Charakter als Maincharakter zu nehmen, müsste ich das vielleicht irgendwie tun für einige Sachen und für einige Erfolge. Aber grundsätzlich muss man das nicht, weil wenn ihr, wie gesagt, schon einen Hauptcharakter habt, könnt ihr die Worldquests auch so freischalten. Das ist kein Problem und auch vieles andere ist halt schon so automatisch freigeschaltet. Und ja, das ist halt vor allen Dingen auch so, dass ihr zum Beispiel in den Gebieten dann ja mehr Artefaktmacht bekommt, wenn ihr die dann tatsächlich später nochmal durchquesten möchtet auf 110. Also deswegen mache ich das so. Ich mache das gechillt nebenbei mit Dämonen-Invasion. Ja, wenn ihr dann Stufe 110 erreicht habt übrigens, ist auch so, dass der Patch einige Erleichterungen bereithält. Zum einen werdet ihr die Möglichkeit haben, direkt mit Ordensressourcen auf Artefaktwissensstufe 25 hochzuleveln. Das bedeutet also, ihr könnt in eure Ordenshalle gehen, könnt dann dort bei dem Händler, wo ihr Artefaktforschungsnotizen in Auftrag gebt, direkt 25 Stück jeweils gegen 500 Ordensressourcen kaufen und mit denen dann wiederum nach oben leveln. Das ist jetzt wichtig an dieser Stelle lediglich für Spieler, die noch keinen anderen Charakter haben. Leute, die schon einen anderen Charakter haben, können den anderen Charakteren nämlich etwas schicken, mit denen die instant auf Stufe 20, wenn ihr mindestens Stufe 25 habt oder sogar Stufe 25, wenn ihr mindestens Stufe 30 habt. Also quasi immer 5 unter eurem aktuellen Level. Ja, also bei quasi, sobald ihr 30 erreicht habt, könnt ihr jemanden einem Twink auf Stufe 25 schicken. Sobald ihr 35 erreicht habt, naja, ich denke, ihr könnt mir folgen. Wenn ihr dann also Stufe 25 habt mit eurem Artefaktwissen, was jeder Charakter sich dann jetzt, wie gesagt, gegen Ordensressourcen kaufen kann, braucht er natürlich Ordensressourcen dafür, gibt aber ja Worldquest und so weiter und so fort, wo ihr Ordensressourcen erhaltet, dann könnt ihr direkt Artefaktwissen Stufe 25 freischalten und mit Artefaktwissen Stufe 25 könnt ihr an der verhärten Küste wiederum Artefaktwissen Stufe 26 umsonst freischalten. Also auch hier wieder ein großer, großer Vorteil, den ihr jetzt habt und damit könnt ihr dann wiederum Artefaktmachte sammeln. Die könnt ihr natürlich am besten sammeln, würde ich euch persönlich vorschlagen an dieser Stelle dann, indem ihr zum Beispiel in Suramar questet. Wenn ihr wirklich ganz neu anfangt, solltet ihr auf jeden Fall Suramar questen und da gibt es unglaublich viel Artefaktwissen bzw. Artefaktmacht mit einem hohen Artefaktwissenstand. Das wäre definitiv eine Empfehlung und dann habt ihr relativ schnell Artefaktmacht in eurer Waffe, natürlich auch durch Weltquest etc. oder durch Schlachtzüge und dann ist eure Artefaktwaffe wiederum so hoch, auf Stufe 35 nämlich mindestens, dass ihr die upgraden könnt. Dann gibt es eine spezielle Questreihe, die müsst ihr erledigen und dann könnt ihr eure Artefaktwaffe ja wiederum upgraden und macht nochmal mehr Schaden. Jetzt ist ja aber dann auch immer die Frage nicht beantwortet, wo ich euch jetzt erzählt habe, wie kann man einen Charakter auf Stufe 110 bringen durch Invasion, wie kann ich eine hohe Wissensstufe erreichen, die kann man einfach kaufen, wie kann ich Artefaktmacht sammeln, zum Beispiel Suramar mit einem hohen Artefaktwissenstand usw. Wie könnt ihr dann jetzt aber an Gier kommen? Ja, da gibt es mehrere Wege natürlich wie immer. Sobald ihr halt auf 110 gelangt seid, würde ich euch aber persönlich auf jeden Fall empfehlen, an der verhärten Küste einiges zu machen, denn die verhärte Küste ist quasi für neue Charaktere und auch Twinks eine gute Möglichkeit, schlechte Slots, die man vielleicht auch hat, gegen gute Sachen auszurüsten. Denn dort müsst ihr dann zum Beispiel euch nur einer Gruppe anschließen, die Nethershards farmt oder irgendwelche anderen Sachen dort macht und erhaltet Ausrüstung dafür. Für Nethershards kann man nämlich an der verhärten Küste Ausrüstung kaufen und zwar bei diesen beiden Händlern. Die linke Händlerin hier, diese junge Dame, verkauft sogenannte Dauntless, also blaue Sachen. Wie ihr hier seht, die könnt ihr übrigens auch an der verhärten Küste finden. Also wenn ihr hier seid an der Küste, könnt ihr bei Gegnern, die ihr hier tötet, diese blauen Sachen zu einer vergleichsweise hohen Chance finden und die könnt ihr umwandeln in Ausrüstung. Wenn ihr das macht, kommt da ein episches Teil mit Stufe, also Gegenstandsstufe 850 raus, mindestens. Natürlich hat auch das wieder die Chance zu Warforgen oder zu Titanforgen, also Titan geschmiedet oder Kriegsgeschmiedet zu werden, was bedeutet, dass die theoretisch gesehen sogar bis 925 hochbrocken könnten. Ja, das ist natürlich viel Glück dabei, ohne Frage, aber grundsätzlich habt ihr hier 850 und damit schon mal einen guten Basiswert. Für alle, die schon höhere Itemlevel auf euren Slots haben, gibt es übrigens dann auch noch diese epischen Dinge. Die versorgen euch dann für wesentlich mehr Shards, muss man eigentlich sagen, mit Gegenständen für, mit Gegenstandsstufe 880. Aber zum Beispiel auch Setteile können hier rauskommen oder bedeutende Trinkets. Ja, also ich sag mal gerade, ich versuche zum Beispiel fast jeden Nether-Shard, Nether-Splitter, den ich hier bekomme, in Schmuckstücke zu stecken, weil ich darauf hoffe, einen Arcano-Crystal, der normalerweise ja nur bei dem Wizard-Gym, falls ihr den kennt, ist ja ein World-Boss, droppt. Den kann man nämlich hier bekommen, beziehungsweise auch viele andere Trinkets, Schmuckstücke und ja, andere Gegenstände, die halt überall eigentlich droppen können, können hier wiederum auch droppen und können natürlich auch, wie ihr euch wahrscheinlich schon dachtet, Titanforgen, also Titan geschmiedet sein, auf bis zu 925, aber standardmäßig eben 880. Ja, darüber hinaus kann man auch, wenn man die Legionsrichter hier unterstützt, bei ihren Anstrengungen, die Gebäude aufzubrüsten, kann man aus diesen Taschen, die man da bekommt, wiederum auch manchmal Ausrüstung bekommen und auch legendäre Gegenstände. Ja, das ist durchaus auch möglich. Apropos legendäre Gegenstände, natürlich ist es immer noch wichtig, die Abgesandtenquests zu machen, weil auch da ist Ausrüstung 850 plus drin, ja, genauso wie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eure Weltquests sehr, sehr hohe Itemlevel geben werden. Was ich aber auch natürlich noch empfehlen kann, sind erstmal heroische Dungeons, ja, die einfach zu machen. Die haben auch eine höhere Dropchance dann, ja, aber wenn ihr wirklich ganz bei 0 anfangt, erstmal auf die Insel würde ich vorschlagen. PvP ist definitiv auch eine interessante Sache, denn Season 3 PvP gibt euch natürlich auch ganz gute Ausrüstung und, ja, ansonsten halt heroische Instanzen, Weltquests und dann halt versuchen anzufangen mit den mythischen Instanzen. Das ist so die Sache, die ich persönlich empfehlen würde. Also erstmal die Insel, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr ganz neu seid sowieso, weil ihr irgendwann ja wie ich hier fliegen wollt, das ist eine wichtige Sache. Und übrigens, wo wir ja gerade schon darüber zu Anfang gesprochen haben, Invasionen sind tatsächlich auf Stufe 110 noch interessant, weil die geben sehr viel Art Faktmacht, die geben teilweise auch Ausrüstung, also definitiv machen, weil jedes Mal, wenn ihr nämlich diese Szenarien dann am Ende macht, die ihr mit den niedrigen Stufen nicht macht, gibt es ja auch auf jeden Fall so ein Ausrüstungsteil. Also immer wenn Invasion da ist, auf jeden Fall die einmal machen, bis zum Ende durch mit einem neuen Charakter vor allen Dingen. Da gibt es nämlich dann auch Nether-Splitter, ja, auch wichtig, nicht uninteressant. In diesem Sinne hoffe ich, das hat euch jetzt so ein bisschen geholfen. Bei vielen Dingen dachte ich, die wären sowieso klar. Bei vielen anderen Dingen wollte ich das Ganze jetzt aber einfach nochmal hier zusammenfassend für euch sagen. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es geholfen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert natürlich sehr gerne unseren YouTube-Kanal. Folgt uns auf Facebook für aktuelle Informationen, aktuelle Neuigkeiten rund um World of Warcraft. Schaut euch unsere große Übersicht an zum nächsten Content-Patch von World of Warcraft, Patch 7.2.5. Und ja, schaut natürlich immer auf Venyan.io vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Venyan. Tschüss! 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 Vielen Dank.